Kannst du alle Bundesliga-Torhüter erraten, die größer sind? Hallo liebe Fußball-Quiz-Freunde, richtig! Heute zeige ich euch Torhüter aus der 1. Bundesliga und der 2. Liga. Und du musst erraten, welcher Torhüter größer ist. Wie viel hattest du richtig? Schreib es nachher in die Kommentare. Dann viel Spaß mit dem Fußball-Quiz. Ja, kommen wir auch gleich zu den ersten Torhütern. Kevin Trapp oder Kastenmeier. Welcher Torwart ist größer? Und was glaubst du? Die richtige Antwort ist... Kastenmeier ist größer als Kevin Trapp. Richtig! So, zu den nächsten Bundesliga-Torhütern. Ja, Robin Zentner oder Ron Torben Hoffmann. Welcher Torwart ist größer? Die richtige Antwort ist... Richtig! Robin Zentner von Mainz. Sehr gut! So, zu den nächsten Spielern. Nein, jetzt haben wir Zieler oder Nikolas. Welcher Torwart ist größer? Und wie viel hattest du richtig? Schreib es nachher in die Kommentare. Die richtige Antwort ist... Nikolas von Gladbach ist größer. So, liebe Fußball-Quiz-Freunde. Zu den nächsten Torhütern. Ja, Vasili von St. Pauli oder Attobolu vom SC Freiburg. Welcher Torhüter ist größer? Die richtige Antwort ist... Vasili von St. Pauli. Richtig! So, zu den nächsten Torhütern. Ja, Riemann von Bochum oder Dreves vom KSC. Welcher Torwart ist größer? Welcher Torwart ist größer? Die richtige Antwort ist... Dreves vom KSC. Sehr gut! So, zu den nächsten Bundesliga-Torhütern. Ja, Urbich von... Greuther Fürth oder Jadecki von Bayer Leverkusen. Welcher Torwart hier ist größer? Die richtige Antwort ist... Jadecki von Leverkusen. Sehr gut! So, wenn es dir Spaß macht, dann danke ich dir für ein Like und für ein Abo für Fußball for Fans. Welcher Torwart ist größer? Weiner von Holstein Kiel oder Damen von Augsburg? Die richtige Antwort ist... Weiner, sehr gut! So, zu den nächsten Torhütern. Wen haben wir jetzt? Ja, Baumann von Hoffenheim oder Fernandes vom HSV. Welcher Bundesliga-Torwart ist größer? Die richtige Antwort ist... Fernandes vom HSV. Richtig! So, zu den nächsten Torhütern. Ja, Blasevic von Leipzig oder Kevin Müller von Heidenheim. Was glaubst du? Welcher Torwart ist größer? Die richtige Antwort ist... Blasevic. Sehr gut! So, zu den nächsten Torhütern. Jetzt haben wir... Ja, Nübel vom VfB Stuttgart oder Cetera von Werder Bremen. Und... Welcher Torwart ist größer? Die richtige Antwort ist... Alexander Nübel. Sehr gut! So, liebe Fußballfreunde, zu den nächsten Torhütern. Ja, Reimann von Magdeburg oder Schwebe vom 1. FC Köln. Welcher Torwart hier ist größer? Die richtige Antwort ist... Schwebe vom 1. FC Köln. So, weiter geht's. Wen haben wir jetzt? Ja, Gregor Kobel vom BVB. Oder Manuel Neuer vom FC Bayern München. Kobel oder Neuer? Wer ist größer? Die richtige Antwort ist... Gregor Kobel. Sehr gut! Ja, liebe Fußballquizfreunde, hat's euch Spaß gemacht, das Torwartquiz. Wie viel hattest du richtig? Schreib es in die Kommentare. Ich danke dir für ein Like und für ein Abo für Fußball4Fans. Verpasst auch hier meine anderen Fußballvideos nicht. Bis dann. Tschüss!